Was ist der Ananas? Ananas, Passionsbruch? Und was noch? Passionsbruch. Ich habe einmal gesagt, ich möchte dasselbe wie die Frau. Du kannst es einfach sagen, wir haben das mit Jukos jetzt. Ich möchte das einfach mal kosten. Das ist sehr cremig, was mein Mann sagt. Die schmeckt sehr gut, das ist sehr cremig. Das ist verrückt, ne? Das ist eine verrückte Idee. Aber es ist etwas anderes, man kennt es nicht. Wenn es normale Eiskuchen wäre, dann ist man vielleicht nicht gut, oder? Nein, das ist ja die Wände, nicht? Ja, das ist halt. Aber es schmeckt auch noch gut, als cremig ist. Ich habe nicht gedacht, dass das so wird, dass man das in Röllchen machen kann. Das ist ja auch so. Weil es oben noch so flüssig aussieht. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank.